Manes, liegt ein Panzerboot mit Hightech-Elektronik für El Cerebros Forschungen verankert. Kapern Sie das Schiff und übergeben Sie die Ladung der CIA zur Analyse. Gut, alles gut für uns. Shit, wir haben Gesellschaft. Drohne fliegt. Ein Generator. Klemmen wir Ihnen den Strom ab? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Und das macht drei. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Das ist ein Geschütz. Das ist ein Geschütz. Ich glaube, es geht um zu sein. Ja, das ist ein Verkaufs. Ich versuche das Chiffre. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Hier ist Ziel Nummer 5. Scharfschützer, oben auf dem Turm. Ich sehe 10. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Markiere Feind. Ich sehe 10. Ich sehe 10. Monidad Heli, unten bleiben. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Halt, die werden dich sehen. Tango neutralisiert. Tango neutralisiert. Tango neutralisiert. Das war's. Gegner getroffen. Ich danke euch für eure Treue und liebe euch, wie der Schiefer seine Heide. Tango eliminiert. Ich rede von der Skilze, von der Abwehr und der Begitzen des Pörpers zugunsten der Seele. Diese Freiheit von Fleisch hat mir Kraft gegeben. Was Ranas, ein neues Verlangen, und ihr seht überall die Früchte. Das ist ein Treffer. Okay, das ist alles gut. Aber ich bitte euch, von mir zu lernen. Möhnst den leichten Freude, so stark, dass ihr Körper und Geist schadet, für Nostro Destino, für einen klaren Verstand und einen starken Körper. Wir sollten alles tun, um besseren Menschen zu sein und um Wollschwächen hinter uns zu lassen. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Da ist eine montierte Waffe. Alles gut, alles gut. Der war mal. Der war mal. Der war mal. Abschuss. Bei dem vielen Geld sollte man meinen, das Kartell macht schönere Orden. Okay, Spitzelstunde. Bitte sehr, Anrufer. Hi, mein Name ist Ignacio. Ah, komm, Hermano, kein echter Name. Ach ja, mein Name ist Juan. Na gut, Juan, wer ist Spitzel? Ja, ich will es an Sie vermelden. Rafael Herrera, er arbeitet früher in Valendal. Dieser Team hat verkauft Informationen an den Mittelstadt seit drei Wochen oder so. Danke, Bato. Aber ich bin sicher, jemand kümmert sich um seinen kleinen Spitzel aus. Aber wie immer ist Radio SBC nicht verantwortlich, wenn nach der Sendung irgendwas passiert. Die hier zum Ausdruck gebracht haben, sind legal, 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 scheißegal, legal, legal, pointe, padmela. Was nützt uns Glück? Es ist immer flüchtig. Ein Ziel, zu dem wir rennen, während sich das Verlangen steigert. Doch es ist nie von Dauer. Die Buddhisten glauben sich an Glück. Das Ziel des Buddhisten ist nur Zufriedenheit, die Aufgabe des Verlangenes, was ihm das Glück nimmt, aber auch das Leiden. Ich sage euch, Glück sollte man nicht meinen. Aber es sollte auch nicht das Ziel sein. Das ist gut aus, so kann. Wir können Informationen sagen. Sorte Lange ist nach Bolivien gekommen. Wir haben das Land zu unserer Heimat gemacht. Doch die Zeit für die nächste Reise ist gekommen. Wir müssen Risiken eingehen, nach neuen Horizonten streben. Abenteuer suchen. Pioniere sein. Es liegt in unserer Natur, die nächste Herausforderung zu suchen. Wir beherrschen den Drogenhandel Südamerikas. Und unsere Bemissionen überfordern die Straßen von Sao Paulo, Rio de Janeiro und Buenos Aires. Und was dann? Wie wächst und expandiert Santa Blanca? Wo laden wir das Boot ab? Bowman hat einen Treffpunkt am Fluss. Eine alte Hütte für die Kaimanjagd. Das Teil ist ganz nett. Scheiße, gib mir ein Bier, dann fühle ich mich wie zu Hause am Strand von Mörtel Beach. Du glaubst wohl, du wärst noch zwei... 23, was? Nee, ich will bloß 22-Jährige abschleppen. Glaub mich gern. Nur blöd, dass die nicht auf dich stehen. Also, ich gebe dir das hier. Ich nehme die Penner unter Feuer. Er ist erledigt. Er ist alarmiert, es ist gut. Eröffne Feuer. Okay, das ist alles gut. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Verstanden. Ich sage Bowman, dass sie das Boot abholen lassen kann. Wenn die Agency das Teil untersucht hat, wird sie ein gutes Gefühl für den Rest von El Cerebros Entwürfen haben. Soll es sein, dass sie das Boot abholen lassen können. Runter, alle runter, Heli. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job.